Ich bin bei der Staustufe Dessau am Lech. Da wird eine neue Fischhäufe gebaut und die gehen wir uns mal anschauen. Im Rohbau. Hier kommt das Einlassbauwerk hin und jetzt schauen wir mal wie der Rest da so ausschaut. Ich bin hier sozusagen auf dem Weg. Das geht ja schon tief runter. Das ist das untere Bauwerk, wo sich ein Lech reingeht. Und man hat in der Zwischenzeit dazugelernt. Da sind so Gitterwege. Aber jederzeit hinkommt, wenn man sie beachten muss. Wenn doch mal Dreck reinkommt und so. Und sie versperrt. Musik 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 Musik